Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Jagel und wir kümmern uns heute um die Drohnengruppe. Das heißt, wir haben heute hier Spezialisten, die sozusagen eine Gruppe haben, die sich nur mit Drohnen beschäftigen. Was sie genau machen, das sagt uns jetzt mal die Manuela. Hallo, ich bin Manuela. Ich bin einer von drei Drohnenbeauftragten. Wir sind drei Drohnenbeauftragte und insgesamt eine Gruppe von 14 Feuerwehrkameraden und Kameradinnen, die sich um die Drohne kümmern. Wir versuchen, je nachdem, Pandemie und so, zweimal im Monat haben wir Drohnendienst. Da bilden wir unsere Piloten aus, weil es halt ein stetiger Turnus ist, wo man die Ausbildung machen muss, damit also alle im Thema bleiben und die auch nicht immer jeder kann. Wollen wir die Drohnen erst mal aufbauen, mal gucken, was da so drin ist? Das können wir machen. Okay, dann fangen wir an. Los geht's. Ihr seht schon ein bisschen Unterschied. Also alleine schon, der Controller, da geht's ja schon los. Das ist halt ein bisschen was anderes, wie ich es von mir kenne. Und die Drohne ist natürlich auch ein bisschen größer. Das ist natürlich schön. Mit Verkehrsleitkegeln. Ja, nur wenn kein Wind geht. Wir gehen jetzt zum Helipad, setzen die Drohne auf, die SC16S muss hochfahren, dann machen wir die Drohne an, verbinden sie, erfassen noch die Wetterdaten, prüfen den GPS-Tracker und dann geht's los. Ja, okay. Habt ihr die Hälfte zwar noch verstanden, aber das genauso machen wir's. Was ich jetzt gerade beobachte so, ne? Ihr habt jetzt mal die ganzen Wetterdaten und so, glaube ich, ja fast und alles, ne? Ja, genau. Ihr habt dann das Helipad sozusagen mit kleinen Mini-Sandsäcken beschwert. Ja, genau. Das nicht wegfliegt, das ist ja auch interessant. Und der Controller ist ja der Hammer, ne? Da brauchst du ja fast gar keinen externen Bildschirm mehr. Ne, aber wir hätten trotzdem noch einen. Das heißt, wir können das auch mit HDMI-Kabel verbinden auf dem Einsatzleitwagen oder so was oder auf dem Fernseher. Wir haben einen mobilen Fernseher, der hat einen Zapfen für ein Stativ und dann könnten wir das auch. Also mich hat, ehrlich gesagt, gewundert, dass es auch so schnell geht mit dem Aufbau, weil die Drohne ist ja relativ groß, du musst die Rottablette anbauen, dies da ist aufklappen, dies da ist Ananas, wie man so schön sagt, ne? Das hat man also gemerkt, dass das geübt wird und auch geübt werden muss. Das heißt, wenn ihr jetzt fliegt, fliegt ihr alleine? Habt ihr Sicht da? Wie ist denn euer Konzept? Macht ihr da? Genau, es kommt immer darauf an, wo wir fliegen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Kripo unterstützen bei einer Personensuche, dann, wie gesagt, wir sind ja eine Gruppe von 14 Leuten, ist in der Regel so, dass ein oder zwei fliegen. Einer ist immer bei dem Piloten, achtet mit auf den Display, weil es immer so aufgeteilt ist, der Pilot entscheidet, beobachtet er die Drohne oder den Bildschirm, wenn wir jetzt was suchen und dann würde der zweite Mann das jeweils andere machen. Und dann gibt es in der Regel, wenn wir jetzt so schlecht einsehbar, wir fliegen auf dem Dunkeln, dann ist es so, dass immer wir noch Posten abstellen, die die Höhe so ein bisschen im Blick haben, die Drohne sehen, sind da hohe Bäume, mit einer Handlampe noch anstrahlen und so. Genau, also im Dunkeln fliegen ist ja normalerweise ja für normalo nicht erlaubt, aber natürlich BOS und Einsatzfall hat man keine andere Wahl, man kann sich nicht schönes Wetter aussuchen. Das heißt, man muss dementsprechend nachts auch fliegen können und das ist natürlich äußerst anspruchsvoll. Aber jetzt würde ich es gerne mal hören. Ich bin sehr gespannt, dass das Ding abhebt. Amix trekt! Ich kann jetzt die Kamera schwenken. Nach unten. Nicht nach vorne, sondern nach unten gucken. Wir stellen auf Wärmebild und dann sieht man jetzt die Wärmequellen. Man sieht im Prinzip die Aluteile jetzt, die angestrahlt werden von der Sonne, die müssen wärmer sind als das Fahrzeug an sich. Wir können das nochmal ausmachen, das Wärmebild. So sieht es normal aus und so sieht es dann mit Wärmebild aus. Man kann sie gut einsetzen für eine Personensuche. Wenn also jetzt irgendjemand weggelaufen ist und in einem Maisfeld oder Tiere wechseln, hatten wir auch schon, dann kann man natürlich gut Wärmequellen suchen. Hängt natürlich immer ein bisschen von der Umgebungstemperatur an. Im Sommer ist sowas natürlich relativ schwierig. Wenn das über sich alles aufheizt, dann ist auch der Rasen, Bäume, alles Mögliche einfach auch aufgeheizt. Aber gerade umso kälter es ist und wenn die Leute noch nicht zu lange weg sind, das ist oftmals ein Problem bei unseren Einsätzen, dass wir zu spät alarmiert werden. Zwei, drei Stunden, nachdem die Leute verschwunden sind. Und wie wir sagen, das klingt immer blöd, aber die werden ja nicht wärmer, wenn man sich irgendwo hinlegt. Was auch oft, wenn jetzt Verkehrsunfälle sind und da waren mehr Personen im Auto, die nicht mehr da sind und man vermutet, die sind geflüchtet, im Schock, dass wir die Leute suchen. Was für unser Wunschszenario wäre, was wir noch nie hatten, dass wir quasi mal ein Feuer dokumentieren können oder von oben auf Dächer gucken, das hatten wir so als Einsatzszenario noch nicht. In der Regel sind es Personensuche oder Unterstützung bei der Kripo. Wir waren ja auch schon mal auf der Autobahn und haben dann für die Vermessung dieser Zahlen, die die Kripo aufstellt, wo die Gewebespuren waren, damit sie das besser vermessen können. Ah, okay. Interessant. Na ja, dann viel Spaß beim Landen. Danke. Also ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich sagte nur, kann man mal den Bildschirm sehen? Zack, war hier ein Stativ mit einem DIN-Norm-Zapfen, mit dem Bildschirm drauf unten und gleich so ein Papillon aufgebaut. Das ging so schnell, ich konnte gar nicht Halt rufen. Ich wollte nur den Fernseher sehen. Aber okay, das ist Feuerwehr. Man sieht hier sozusagen eins zu eins das Bild, was man sonst auf dem Controller sieht, der Drohne. Ich stelle mir gerade vor, die Einsatzleitung sieht jetzt gerade das Live-Bild von der Einsatzstelle und kann direkt hier auch eine Lagebesprechung machen, eine Planung, also quasi die Erkundung aus der Luft mit einfließen lassen, sozusagen im Führungsvorgang. Und dann kann man hier direkt sprechen, was man sieht und sozusagen, was der Drohnenpilot hier darstellt. Perfekt für den Einsatz. Also ich finde diese gerade vier Phasen der Erkundung, da hat man ja als Gruppenführer ja ein paar Sachen im Kopf, die man abarbeitet. Drohnengruppe, mega, mega wichtig. Mega Zeitersparnis, ganz viel Professionalität im Einsatz. Finde ich ganz toll. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert mal unter dem Video, die werden euch bestimmt helfen und deren Erfahrungen weitergeben. Ansonsten gefällt mir. Habt ihr hoffentlich schon gedrückt. Ist da ganz unten links in der Ecke und wir freuen uns auf das nächste Video. Bis dann. Tschüss. Das bin ich. Ich bin immer bei der Feuerwehr in, äh, ich vergesse jetzt mal, Jage. Steht doch auf diesen Rucksacken. Oh, das ist ja gut. Der Luft war überhaupt so viel. Warte, nochmal? Egal. Ne, oder ich stelle mir gerade vor, so Moorbrand, Flächenbrand und man sieht aus der Luft die Lage und kann auch die... ...fliegt nöde. Man kann. Danke. 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 Danke.